und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klember steinbaus ich habe heute mal wieder ein set aus meiner kindheit mitgebracht und zwar die lego 420 33 das raketenauto beziehungsweise je nachdem wie man es sehen möchte den track racer der verpackung sieht man natürlich die jahre an aber es handelt sich hier eben auch um ein spielset und nicht um ein sammlerset oder display modell deshalb ist das meines erachtens jetzt auch einfach mal egal dass die verpackung ein bisschen mitgenommen aussieht aber das passt ja auch einfach zu dem alter weil wir reden hier über sieben jahre insgesamt besteht das set aus 125 teilen und die uvp war 2015 19,99 euro ich habe das set für 7 euro all in all gebraucht bekommen in einem bundle mit einem anderen lego technik set dadurch hat sich der versand wieder geteilt und mit dem versandanteil zu dem set und eben dem eigentlichen setpreis waren es am ende 7 euro wenn wir uns das ganze hier so anschauen ist das eben so ein typisches raketenauto auf den ersten blick und wir haben eine pullback funktion die uns hier natürlich auch noch mal erklärt wird ich gehe davon aus die meisten wissen wie eine pullback funktion funktioniert für den rest haben wir noch mal eine schöne abbildung drauf ansonsten ist die packung relativ klein für lego verhältnisse sind aber natürlich auch nur 125 teile auf der oberseite sehen wir noch mal eine 1 zu 1 abbildung von den vorderrädern und auf der rückseite sehen wir noch mal eine sache die mit diesem set hier möglich war und zwar konnte man dieses raketenauto und die 42034 zusammen zu einem mega monster truck umbauen in der box finden wir natürlich die anleitung dazu auch der merkt man natürlich äußerlich ihr alter schon ein wenig an ansonsten ist sie klammer gebunden aus einem dünneren papier als wir das bei heutigen sets gewohnt sind aber schon damals wurde lego typisch logischerweise alles in vollfarbe dargestellt und eben nichts ausgegraut und okay damals ist natürlich auch ein bisschen anderes wort es gibt natürlich noch viel viel ältere lego vintage sets dieses hier gehört ja doch eher schon zur neueren gerade und hier habt ihr auch noch mal die teile liste wenn euch das ganze interessiert und auch der werbe part ist hier mal sehr interessant denn wir sehen schon es gibt hier in der lego technik saison aus diesem jahr einige beliebte sets und man sieht hier aber auch sets die doch schon sehr kritisch beäugt wurden aber jetzt haben wir viel über die verpackung und die theorie gesprochen lasst uns zum hauptprotagonisten und zwar dem set kommen als erstes möchte ich gerne noch mal mit euch über die steinequalität reden und ich muss sagen obwohl das jahr von 2015 ist das set damit auch schon immerhin sieben jahre alt war die steinequalität wirklich super gut teilweise war das baugefühl hier besser als wenn ich mit heutigen steinen gebaut hätte und das soll auch ein bisschen was heißen die gummi reifen sind auch vorn und hinten noch wirklich perfekt und auch vom aussehen haben wir hier teilweise weniger kratzer drauf als bei heutigen sets das einige was mich ein bisschen gestört hat ihr könnt euch schon fast denken sind die sticker denn wir haben schon stellen an denen sie sich langsam ablösen dazu gehört diese stelle hier wo es sich langsam ablöst dasselbe auch auf dieser seite und auch an diesem sticker könnt ihr sehen dass wir hier so langsam ablösungserscheinungen haben das hier natürlich nicht so schlimm wie bei manch älteren sets aber es fängt eben schon nach diesen sieben jahren an und das natürlich ärgerlich und umso mehr man damit spielt und dafür ist das set ja da umso eher werden diese sticker ganz aufgeben so aber ich würde sagen das war schon wieder genug über die sticker zum restlichen set muss man sagen es hat natürlich ein cooles vorbild dieser geschwindigkeitsrausch auf selts wüsten oder eben auch wenn man es als drag racer sehen will auf der drag race piste diese beschleunigung die kräfte die da wirken und auch die endgeschwindigkeiten sind natürlich einfach beeindruckend trotzdem bin ich eher ein fan von normalen rennen oder rallye wagen aber ich kann die faszination auf jeden fall verstehen und ich muss sagen das aussehen kommt diesen echten vorbildern wirklich wirklich nahe und dafür dass es ja wirklich nur 125 technik teile sind ist das ganze auch gut detailliert diese raketenautos sind aber wahrscheinlich auch wirklich dafür gemacht um aus lego gebaut zu werden und auch die stickers sehen natürlich cool aus weil sehr cooles sticker dabei sind aber stellt euch jetzt mal vor das ganze wäre geprintet gewesen das wäre ein absoluter traum sehr schön finde ich auch wie der rückziehmotor in das ganze set eingearbeitet wurde ich meine er ist völlig offensichtlich sticht aber nicht so heraus dass er super auffällt oder stören würde also vom aussehen bin ich ein großer fan von dem spielset hier ebenfalls ist das set komplett stabil und bespielbar also hier fällt nichts ab das kann man hier schwingen und fallen lassen und alles mögliche das ding hält auch wenn es mal gegen eine wand fahren sollte geht da nicht viel kaputt man hat eben mal ein paar schandstellen an den steinen aber deshalb ist es eben ein spielset das einzige negative was ich dazu sagen kann ist ein winziger flex den man hier relativ leicht hinbekommt das ist aber in der setgröße aus der teileanzahl einfach nicht vermeidbar gewesen das ganze besteht halt wirklich immer nur aus einem technik liftarm und die neigen natürlich zu einem gewissen flex das ist hier aber nicht schlimm und stört auch nicht wirklich dann können wir natürlich hier auch diese scheibe nach oben klappen und in den innenraum schauen und ich muss wirklich sagen die qualität der leicht getönten scheibe ist ein traum die super clear also damals hatte man bei lego anscheinend noch keine milchsäuren gehabt und selbst als gebrauchtes teil hat das eine bessere qualität als so manches neuteil es hat so gut wie keine kratzer obwohl das set bespielt wurde und das ist eine richtige ansage und auch wenn der innenraum sehr spartanisch ist und nach unten ein bisschen löchrig finde ich den wirklich schön dass der sitz angedeutet ist und nebenbei ich finde dieses lenkradteil sehr sehr cool würde auch in den formel 1 wagen sehr gut passen und dann gibt es natürlich noch die einzige funktion von diesem set und das worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt und das ist der rückziehmotor und natürlich kann man das auf dem tisch hier relativ schwierig zeigen und deshalb war ich natürlich mal draußen für einen kleinen außentest und ist jetzt auf jeden fall die außenaufnahme ihr seht da ist schon power hinter dem rückziehmotor aber auf der lego seite wird das ganze so beworben zitat verfügt über einen leistungsstarken hochgeschwindigkeits rückziehmotor das würde ich nicht unbedingt sagen es ist auf jeden fall ein stabiler rückziehmotor dafür spielzwecke auf jeden fall reicht aber man kann es werbetechnisch auch ein bisschen übertreiben aber das sehe ich wie die meisten lego werbetexte mit einem kleinen augenzwinker also kommen wir mal zum fazit technik ist das ganze wie die meisten heutigen sets auch nur aufgrund der technik steine art bis auf den rückziehmotor gibt es hier keine große funktion aber das ist eben auch die eine funktion die beworben wird und auch die wichtigste funktion in diesem set hier und zumindest dieser funktioniert auch nach sieben jahren noch super erst für ein spiel set kraftvoll und damit kann man damit auf jeden fall auch viel spaß im spiel haben es ist stabil und ist auch noch vom aussehen wie ich finde wirklich toll man muss sich eben bewusst sein man kauft hier ein reines spiel set und kein lego technik set mit irgendwelchen ausgereiften tollen bautechniken und spannenden funktionen und dementsprechend war natürlich der bau auch super einfach da war nichts kniffliges oder ähnliches dran das war ein entspannter bau und wir reden da über ungefähr 15 minuten aber für das was es sein soll abgesehen davon dass eben kein lego technik set sein sollte ist es auf jeden fall ein gutes set es will ein spiel set sein und es ist ein spiel set und die funktion die drin ist ist gut und vom aussehen und allem anderen haben wir darüber gesprochen ist es auch wirklich gut und dementsprechend kann man sich das auch als gebrauchte set gerne mal kaufen wenn ihr es für um die zehn bis maximal zwölf euro bekommt wenn es natürlich noch billiger bekommt dann auf jeden fall zuschlagen dann werdet ihr oder eure kinder damit sehr viel spaß haben wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt schreibt gerne eure meinung dazu in die kommentare damit helft ihr mir und allen anderen in der community super weiter und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick